Nisai Kuchako vom Züchter Takahashi. Der Koi ist von der Japanreise, Herbst 2019. Und vor allem seitdem in der Innenhölterung. Darum ist es ein bisschen blass. Wir kommen aber jetzt ins Freie raus und da werden die Farben wieder schön kräftig. Der Koi ist 51 cm und weiblich. Guten Buddy. Ich habe die Farben wieder schön kräftig.